Ich glaube, dass meine Erfahrungen im Start-up ein Mindset geprägt haben, welches mir ganz besonders in meiner gegenwärtigen Konzernrolle hilft. Besonders einprägsam fand ich dann immer den Satz, are you productive versus are you busy? Ziemlich konkret bedeutet das zum einen, execution is everything. Das heißt, man sollte den Fokus auf das Wesentliche lenken, Themen priorisieren, eigene Initiative ergreifen und sicherlich auch den Drive mitbringen, um nicht nur schnell, aber auch pragmatische Lösungsansätze zu entwickeln und zu finden. Zum anderen, think big and don't be scared. Ich glaube, man sollte immer groß denken, sich etwas zutrauen und manchmal schadet es auch nicht, einfach Dinge auszuprobieren, um zu schauen, ob sie funktionieren. Der dritte Punkt wäre so viel wie know yourself and talk about it. Gute Kommunikation ist, glaube ich, das A und O, insbesondere wenn man Themen oder Projekte hat, die nicht allen zugänglich sind oder nicht so bekannt sind. Ich glaube, es hilft immer, wenn die Leute sehr schnell verstehen, was man eigentlich macht. Ich glaube, es hilft immer, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!